Mann ich kann gar nichts machen das regt so richtig auf das ist auch nicht der Sinn des Spiels dass du die ganze Zeit kämpfen nachher können wir das schon mal nie machen ja genau du hast mich gleich viel Spaß jo jetzt reichs doch mal es reicht das ist dafür dass du vorhin mich abgeschossen hast als ich so weit war na scheiße war schon zu weit ich kann nicht mit meinem Texteffekt gut durchs Wasser durchsehen und da ich kann mit meinem du schießt durch das Eis durch da unten war man konnte da war eine Lücke und da konnte man dein Fuß sehen und ich habe ein Fuß getroffen Loli sterbe wenn jemand mein Fuß trifft auch gut ich habe nicht die Erzabste irgendwie 3 2 hat 2 1 1 gerade mal neue Pfeile oder gehe ich wieder runter ok 10 Stacks ich gehe noch mal nach oben ich weiß schon dass du gar nicht gewinnen kannst wenn du nie in der Höhle warst ich sterbe auch nicht nur hey wo bist du ich bin nach oben gegangen schon komplett oben ja niemals doch nie mal ja wieso nicht geht nicht so schnell ich war ja schon in der Mitte vorhin so eine spaßgruppe ich bin nach oben ich bin nach oben rechts im noch Strom noch wer es du teigern diese schritte du wst du wst ist wst will ich auch ich hab mich verlaufen du bist und nein ich hab die unten gesehen ja man diese scheiße ist richtig schwer wenn es sprünftbar gibt boah nicht noch mit spielbruch ernsthaft geht das dann besser was ist sie denn weg doch hör auf zu kämpfen du nervst richtig doppelt ich kämpfe ich bin hier nur oben ich wollte gerade wieder zurückgehen ich wollte eigentlich meine sachen was ist mit dem ich richtig kopf nervt warum nur ich die ganze Kilo nein weil du die ganze Zeit mit dem Bogen drauf wartest dass ich beendet probiere etwas produktiv zu sein nachher schön wie ein camper schießt du dann auf mich herrscht du dran doch stimmt gut dass man dich durch schlafen kann ich sage ja nicht dass man mich nicht sehen kann mir doch wurscht ob man mich sehen kann ich würde die aber erst unten nehmen ich bin ernsthaft hier ich kann mich vertreten nein das lief muss das was dazu wo es gibt richtig ich weiß immer wo du bist baum ein glas ab ein bau mal ein dings ab ohne es abzubauen also schlag nur an du kannst alles sehen wo der gegner ist ich sehe alles was ich sehe alles wo du bist ich sehe alles kann scheiße meine festplatte ist merke ich gerade ein aufnahmsaplikant so leute in Prozent ja ihr könnt dann bei etnikar ausgucken ich bin dann hier mal den Part und schau ich muss dann bei dir weiter auf die Fluchtung ist geburt wenn es nicht Nervs zu so schlimm wenn ich hier im heute für Mann ich kann gar nichts machen das regt so richtig auf das ist auch nicht der Sinn des Spiels dass du die ganze Zeit kämpfen nachher können wir das schon mal nie machen das ist noch etwas zum Mann so richtig müssen ich nehme mich den Gommelweg ich bin gerade ultra weit und das kann man gar nicht so schlimm ich sagte mir das wirklich schlimmer sie sagte nur sie scheiße weit wegen den Glax deshalb tue ich jetzt den Schädel raus jetzt läuft es gerade viel viel schöner ich bin durch mit Speedpution bist du durchgerusht ja nein erst ja dann nicht mit Speedpution geht es ja gar nicht richtig was da runter doch siehst du mich hinten am Ende n ja ich bin gerade mit um aufschiedet ich möchte ja das funktioniert gar nicht mit dieser Scheiß Speedpution ich kann das überhaupt nicht und du schießt mich jetzt ab ne ne du bist doch so ne Mist ich habe nur Pfeile mit ich habe ein ganzes Jahr voll mit Pfeilen ich habe mein ganzes Jahr voll mit Pfeilen das kriegst du zurück das kriegst du so dermaßig ich bin verschwunden alter du weißt gerade nicht boah diese Scheiß Lex ganz ehrlich so kann ich gar nichts machen jetzt immer im blöds Moment immer in der Kurve fängt es an zu legen du weißt nicht wieso du mich gemacht hast ja wieso es leckt immer an der selten Stelle das kann kein Zufall sein ja das stimmt irgendwer der hat gewinnt auch nicht wieso leckt dieser fluchte Scheißdreck ich brauchte viel bessere Grafikkarte sonst nämlich noch Tech-Programm was hast du der Pfeile äh Asus GeForce irgendetwas GTX Asus es gibt keine Asus GTX es gibt nur eine NVIDIA GeForce GTX NVIDIA sorry falsch gesagt Prozent war fast geschafft Scheiße ich lasse ich zu dass du nicht schaffst mal ist das mich wo ich zurück wollte runtergeschossen aber du hast recht mal mit durchfassen ist das viel einfacher ich darf nie wieder dieser versorönten Geheimnis sein und wie bist du da runter gekommen bin ich weiß jetzt gar nicht wie ich ach so da hinten ist ich runter fuck verpiss dich du Drecks Mob du da oben auch geh scheißen ich habe auch keine Pig-Exkunden ach ich springe einfach von der Jode habe ich dich wenigstens noch getroffen ja scheiße nein du bist nicht so das wäre so cool wenn ich dich mal runterfliegen gekillt hätte ich habe gerade echt fast alle meine ganzen ich habe fast meine ganzen Pfeile mitgenommen ich habe ich habe nur noch zwei Stacks oder drei Stacks Pfeile verpiss dich du auch er hat es geschafft nein scheiß leck im Jahr im letzten Moment immer im oh scheiß ich muss jetzt ruhig sein all die Tau scheiß wo auch fünf Wolle was eigentlich was ist eigentlich wenn wenn man keine Wolle mehr hat kann man dann kurz in Gehmot gehen und sich wieder welche holen dann hat man verschießen es ist ja irgendwie doof alter ich habe gerade so auf meine Tastatur gehämmert oh schon diese scheiß lecks ehrlich gesagt die regen mich so richtig doll auf ja es liegt da mit Arthornos Server Arthornos ist nicht so das Beste was mir hier unten gekommen ist ja nicht so aber für pvp eigentlich ist hier gut geeignet nur es leckt halt das ist das Problem okay da kann ich nicht rein oh Spaß reg mich nicht auf das ist nicht lustig doch sogar sehen und jetzt kommt ein Creeper rein genau bist du bist du jetzt im Dungeon nein bei mir zu Hause ich habe gemeint ein Haus ist sein zu Hause ist in die Luft gesprengt ich habe ich glaube gut mein Bett wurde in die Luft gesprengt worden man schon wieder so eine scheiß lecker ist nicht doch kommen so nervt das richtig toll mit dem Blöden 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 Lecks schon er hat doch einfach ich hole mir gleich ein dann klatsch ich dieser Mop so krass du wirst du dann automatisch das qualifiziert er hat wer hat noch die sich schalten müssen Alter was mischt du dich Fikenskelett ich komme nicht mal mehr zu meiner Rüstung meine Rüstung ist nämlich geschehen mich schlägt keiner mehr du auch nicht, du nicht, du nicht oh man diese blöden 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 und dann kommt von hinten ein Zombie nee, mein Bett wurde zerstört ey, das ist doch so behindert und Spaß und warum können die jetzt Mop spawnen? Mann, nee, das gibt's doch nicht die blöden Lecks wieso, wieso, das Champion ist unmöglich mit Lecks Alter hey, wir haben sich, der RB hab ich das drin geschehen okay, Leute ich hab ne, also ich hab ne Idee ja ich hätte vermutlich hier ich hätte vermutlich hier das Championland Cutten bis ich es geschafft habe ja, dann Lex kann ich nicht mehr ich will ja auch verloren aufnahme nee, nicht, nicht so, äh, Cutten sondern halt einfach, ähm, dass ich nachher den Teil rausschneide wo ich so gefehlt habe das, das nicht, äh, so ewig lange Aufnahmen gibt ey, das ist fies ich hab dich da in dieser Zeit hab ich dich gekillt ja gut, die, diese Sachen lass ich drin was? oh, ich dachte, das war ein Standbild oh man, das war jetzt ja wegen Dummheit genau, Creeper, komm doch egal woher hack doch einfach scheiße weil mein Skin ladet nicht mehr Alter, mein PC geht gleich kaputt, äh, oder mein ja, mein Lapp geht gleich kaputt, weil ich so krass da brauch hermacht wär irgendwie cool wenn wir irgendwo amt sehen könnten, wie oft man, diese scheiß Lex wie, wie oft wir schon gestorben sind Alter, ich glaub ich bin schon fünfmal oder fünfzigmal ja, ich bin mehr gestorben, da ist du wegen der Lava man Scheiß Sprintback ganz ehrlich das Wort ist Beikopf gelöst gerade ziemlich das was ich hatte trotzdem das Wort ist Beikopf gelöst das Wort ist Beikopf gelöst